Hallo meine Lieben, Willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer gemeinsamen MeTime. Worum handelt es sich bei mir auf meinem Kanal? Unboxings, Reviews, Hauls, wie auch immer, worauf ich einfach Lust habe und aber hauptsächlich habe ich hier Unboxings von Beauty Boxen. Und heute habe ich für mich eine neue Premiere, nämlich wir haben eine neue Box. Die wurde mir kostenfrei zur Verfügung gestellt und ich freue mich sehr darüber. Sicherlich, es gibt wie immer schon einige Videos, das ist mir schon klar, aber ich freue mich wirklich riesig. Und um welche Box handelt es sich? Die Elektra Box. Das sind ja ein paar Mädels, die sich zusammengeschlossen haben und entweder Dinge jetzt zusammenstellen, wie bei der Glossy Box auch, und einige Produkte, die sie für gut empfinden, in diese Boxen packen. Und ganz ehrlich gesagt, ich liebe solche Boxen, neue Boxen, wo man diejenigen, die sich da wirklich viel Mühe geben, die Herzblut in die Sache machen, das merkt man halt einfach. Nicht nur an der Außenverpackung, sondern einfach an den ganzen Packaging. Auch vom, sag jetzt mal, wenn du Fragen hast, du kriegst schnell eine Antwort. Ja, also von dem her, da sieht man halt einfach, da ist der Anfang noch da, da gibt man sich halt einfach viel Mühe. So, das würde ich einfach mal nur sagen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn dem ein oder anderen die Box gefallen würde und vielleicht mal auf die Homepage schaut und das eine oder andere Abo da lässt. Man kann ein einmonatiges, dreimonatiges oder sechsmonatiges Abo machen. Ich glaube ab 14,25 Euro oder 95 Euro, da müsste ich jetzt noch mal nachschauen. Das schreibe ich euch da oben noch mal ein. Und das Gute ist, du kriegst sogar, bevor dein Abo endet, noch mal eine E-Mail. Das finde ich richtig schön. Ihr hört im Hintergrund, ich habe wieder tierischen Besuch. Kann sein, dass ich immer mal zwischendurch wieder meine Augen woanders habe. Aber jetzt schnacken wir mal nicht mehr lange rum. Ich finde das Packaging, finde ich richtig toll. Ich fand das letzten Monat schon schön. Habe mich aber erst jetzt dazu entschieden. Wie gesagt, ich kriege die Box kostenfrei zur Verfügung gestellt. Finde ich richtig toll. Vielen Dank nochmal an die Mädels. Und ich weiß auch so ungefähr, was drin ist. Ich meine, du kannst, beziehungsweise, du hast immer eine Maske drin. Mehr weiß ich im Moment noch nicht. Also von dem her, ich bin noch ganz jungfräulich gegenüber der Box. So. Und mir gefällt natürlich, dass die sich mit diesem Packaging einfach so viel Mühe geben. Und bei mir kommen immer mal Boxen weg und neue dazu, damit es nicht ganz so langweilig für euch wird. Und auch hier haben wir, wie in jeder Beauty-Box auch, diesen ersten Blick. Wir haben immer ein Kärtchen. Wir haben so ein kleines Seitenpapier und ich glaube, Grüsselpapier haben wir, weiß ich noch nicht, werden wir gleich sehen. In dieses Heftchen schauen wir mal rein. Und schaut doch mal diesen Klebe hier an. Ist das nicht süß? Ich glaube, den mache ich mir irgendwo hin. Ein Herzl. Oh, ist das schön. Richtig schön. Heute dauert das Video ein bisschen länger, weil wir müssen uns die Box ein bisschen genauer anschauen, weil da kenne ich mich noch nicht aus. So. Wir haben passend zu der Außenbox auch ein lilanes Heftchen. Und im Endeffekt, dieses Heftchen ist auch drin oder abgebildet, was sich in der Box befindet. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Produkte und ein Goodie. Das zeige ich euch jetzt gleich. Und da steht halt nochmal drin, abonniere die Elektra-Box und erhalte tolle Rabatte und ein persönliches Geschenk für deine April-Box. Wie gesagt, die Homepage ist www.elektra-beauty-box.de. Schreibe ich euch aber alles nochmal dahin. Finde ich auf jeden Fall. Klar, man könnte mehr Informationen zu den Produkten reinschreiben, aber sind wir doch mal ehrlich, wer schaut sich die Hefte im Detail immer so genau an? Von dem her, wenn die Produkte selbsterklärend sind, dann finde ich das völlig in Ordnung. Sollte mal ein kompliziertes Produkt dabei sein, dann fände ich das natürlich gut, wenn da ein bisschen was daneben stehen wird. Aber grundsätzlich finde ich das toll. Jetzt versuche ich mal, den Klebi nicht zu zerstören, was natürlich nicht funktioniert. So, ja, wir haben Brüsselpapier und das ist der erste Blick in die Box. Und das ist nämlich diese Maske, die ich schon gesehen habe. Und ich meine, das ist eine koreanische Maske aus schwarzem Bambus. Finde ich mega. Ich habe letztens auch Masken gekauft, wo ich dann irgendwie eine Schublade getan habe und mir dachte, das Pecknisch macht mich irgendwie nicht an. Also dann greife ich halt einfach nicht dazu. Und ich sage nochmal, wenn das so schon so koppig, so irgendwie so, nimm mich, ich bin fancy, dann habe ich einfach eine Freude dran. Klar, es ist eine Außenverpackung, aber da hat man halt einfach, da greift man halt mehr dazu. Da hat man mehr Freude dran, als von dem her, Masken gehen ja immer. Und ja, Apro Maske. Bleibt schön dran an dem Video, weil es gibt noch eine zweite Premiere, das erzähle ich euch aber am Ende des Videos. Als zweites Produkt, und da bin ich ein bisschen Zwiebelspalten, sage ich aber was dazu. Und zwar von der Firma Dina, ein Fußbalsam. Ich bin ja nicht so der Fußfetischist, die ist auch schon ausgelaufen. Ja, das heißt, sie ist auf. Ja, mei. Bin ich so der Fußmensch. Und sie ist halt auch ausgelaufen, aber da können die Mädels ja nichts dazu. Aber, und ich persönlich freue mich auch nicht über Fußcremes in Beautyboxen. Punkt. Aber, das ist wieder ein Widerspruch in sich, weil wenn eine Handcreme drin ist, nutze ich die auch manchmal für die Füße. Total bescheuert. Also kann ja auch eine Fußcreme drin sein. Ich werde die auf jeden Fall testen, weil sie ist ja schon auf. Und man soll ja seine Füße pflegen. Ist ja wie mit Bodylotion, die mag ich auch nicht, aber ich schmier mich trotzdem ein. Also von dem her, ich mag den Geruch. Der hat sowas, ja wie eine Fußcreme, aber irgendwas Minziges hätte ich jetzt gemeint. Schauen wir mal, was da noch drin ist. Irgendwas mit Öl. Siedöl. Menthol. Genau, danach rieche ich das. Also von dem her, man soll ja seine Füße einkriemen. Also von dem her ist es gut. Jetzt wiederhole ich mich ja. Aber, finde ich okay. Bin ja jetzt ich persönlich kein Fan. Aber der eine oder andere wird sich wahrscheinlich freuen. Von dem her, alles gut. Dann sehe ich auch schon das Goodie. Das lasse ich aber zu. Und zwar ist das so ein kleiner Parfümzerstäuber. Finde ich vom Prinzip her sehr nett. Weil, finde ich für die Handtasche ganz gut. Ich habe sowas schon. Und zwar en masse. Das wird mal in eine Verlosung gehen. Ja, der eine oder andere kann damit was anfangen. Ich mag so Goodies in Boxen. Ob man das verwendet oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Ich finde halt einfach, da freut man sich. Ach, da kommt noch so ein kleines Extra. Ob man das dann nutzt, ist was anderes. Also ich finde es toll, finde ich gut. Aber ich persönlich nutze es jetzt nicht. Aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Und dann haben wir drin, das kommt jetzt halt mal aus. Das finde ich aber sehr schön. Die Farbe sind nicht so meins, aber das ist auch egal. Und zwar so ein Nagelset. Sowas nutze ich sehr gern für die Handtasche, muss ich sagen. Da ist jetzt drin so ein, für die Nagelhaut zum Zurückschieben, ein Nagelklipser, eine Schere, eine Pinzette und eine Nagelfeile. Und ich liebe sowas für die Handtasche. Meine Handtaschen sind gefühlt 5 Kilo schwer. Und damit könntest du jeden Einbrecher oder der die überfallen möchte, erschlagen. Weil es kommt immer wieder was dazu. Ich habe mehrere immer gleichzeitig in Verwendung Handtaschen. Und die haben dieselbe Füllung. Da ist ein Deo drin. Da ist sowas drin. Medikamente für einen Notfall. So Hygieneartikel, was jede Frau braucht. Ein Deo. Manchmal im Sommer auch ein Haarspray oder ein Sonnenspray. Also ich kann mit meiner Handtasche das Land verlassen, wie man so schön sagt. Ich tue immer nur den Geldbeutel austauschen. Und für so kleine Handtaschen, die ich dann auf die Wiesen oder so mitnehme, habe ich dann auch immer so einen kleinen Geldbeutel auch schon mit drin. Da sind schon ein paar Euros drin. Also total bescheuert. Aber wie gesagt, dieses Produkt finde ich sehr schön. Ich hoffe nur, dass die Schere auch wirklich gut schneidet. Weil das ist ja manchmal das Problem, dass das nicht so funktioniert. Aber eine Pfeile brauche ich persönlich immer. Ich habe halt immer Geschlechternegel. Aber wie gesagt, finde ich toll. Gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir noch zwei Sachen drin. Und zwar von der Firma Donner. Was war das eigentlich für eine Firma mit dem Nagelset? Da steht jetzt nichts drauf. Ich gucke mal ins Heft. Da steht es nur Nagel- und Manikürset. Fünfteilig. Ah, okay. Man hätte ein rosanes haben können. Das wäre jetzt meins gewesen. Ein orangenes und ein grünes. Aber die Farbe ist ja scheißegal. Und zwar haben wir einen Highlighter von der Firma D. Donner. Okay. Kenne ich jetzt noch nicht. Ist ein silberner Ton, würde ich sagen. Ich lasse ihn jetzt auch mal zu. Weil ich habe ja Highlighter unmaß. Finde ich aber von der Farbe sehr schön. Ich würde sagen, hat so einen bläulichen Schimmer, würde ich meinen. Also wenn der wahrscheinlich auf der Haut ist, dann schimmert der wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Kann mich aber auch täuschen aufgrund meiner Lichtverhältnisse. Finde ich aber vom Farbton sehr schön. In der Kamera sieht es aus, wie wenn es weiß ist. Aber Highlighter, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich immer wieder toll. Kann man immer wieder gebrauchen. Also voll meins. Und das letzte Produkt ist ein Lip Tint. Jetzt muss ich mal schauen. Der ist jetzt ein bisschen siffig, weil die Fußgremia ausgelaufen ist. So, wahrscheinlich kriege ich es nicht auf. Mh, wieder meine Utensilien, um alles zu öffnen. So. Kriege ich es nicht auf. Ihr habt ja Zeit, gell. Das mag ich halt persönlich an so Lippenstiften oder Mascaren überhaupt nicht, dass das immer nochmal eingeschweißt sein muss und nochmal eine Verpackung drum. Und das ist wie mit die Gurken. Muss eine Gurke nochmal eine Folie drum machen. Jetzt haben wir ja noch geschnitten. Messerschere, Gabelicht dürfen Heikes kleine Welt nicht. Mei, ich möchte es doch euch nur zeigen. Mei, ich muss kurz Stop drücken. So, nach gefühlten 5 Stunden habe ich endlich dieses Produkt geöffnet. Und zwar von der Firma Max Faktor. Einen Lip Tint. Lip Tint ist mein Infektor. Du trägst dir das auf. Ich meine, du kannst es danach mit dem Tuch abputzen und dann hast du sozusagen gefärbte Lippen. Wir haben wie so eine Edding Form. Und die Farbe, mega. Also das ist ja voll meins. Ich liebe ja so die Farben. Das ist ähnlich. Finde ich voll gut. Werde ich sehr gerne testen. Ich liebe im Sommer diese Lip Tints, weil da schwitzt man halt. Oder jetzt mit diesen Masken. Finde ich das auf jeden Fall ein sehr tolles Produkt und die Farbe ist voll meins. Den Gesamtwert der Box, den schreibe ich euch mal da oben hin. Was sage ich zu der Box? Ich finde sie super. Mädels, habt ihr echt toll gemacht. Sicherlich üben die noch ein bisschen. Das merkt man. Ist aber nicht negativ gemeint. Weil ich habe bei anderen Boxen manchmal auch so das Gefühl, dass da die Produkte einfach nur reingeschmissen werden. Das hat überhaupt keinen Zusammenhang. Oder ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, mir gefallen die Produkte wirklich sehr gut. Ich würde sagen, es ist auch eine Box für jüngere Mädels. Nagelt es mich da jetzt nicht fest, weil es sind ja alles Produkte, die ich auch ganz normal verwende. Und auch, sag ich mal, in einem reiferen Alter unsere Mädels die Sachen verwenden. Also alles gut. Es sind wirklich tolle Produkte. Ich würde mich freuen, wenn ich weiterhin die Box zugesandt bekomme und euch zeigen darf. Wie gesagt, ich verlinke euch alles unten in die Infobox. Da könnt ihr mal nachschauen. Ich finde die auf jeden Fall sehr schön. Und was mir am besten gefällt, ist das Außenpackaging. Viel Liebe zum Detail. Und ja, Also ich kann nur sagen, Daumen nach oben. Mir gefällt die Box sehr gut. Ich kann sie wirklich nur empfehlen. Und wenn natürlich auch da ein oder anderes Produkt mal drin ist, was einem nicht gefällt, weil das ist ja dann egal, weil dann switchen wir nämlich gleich mal rum. Dann gibt es nämlich wieder eine Verlosung. Und das ist die Premiere Nummer 2. Ich habe euch ja versprochen, es gibt einmal im Monat eine Mini-Verlosung. Also wirklich Mini. Also für den einen oder anderen, der jetzt hier diese Riesenwerte erwartet, den muss ich leider enttäuschen. Und einmal, wenn wir immer die Hunderter oder jetzt vielleicht die Damen nach oben, 400 Abonnenten schaffen, dann gibt es immer eine größere Verlosung. Ich war nämlich letztens beim DM, ich bin ja manchmal ein bisschen Spätzünder und wollte diese Haarmasken kaufen, wo ein Panda oben ist oder eine Ananas oder ein Flamingo. Und natürlich waren die Ars verkauft. Ich bin in drei oder vier DMs gefahren und habe nur noch eine beziehungsweise zwei Ananasmasken erhaschen können. Einer hat eine liebe Freundin bekommen. Liebe Grüße hiermit, liebe Maria. Und eine habe ich natürlich verwendet, um auch mal zu probieren, wie funktioniert das dann. Und ich habe zwei für euch gekauft. Das heißt, in diesem Video können zwei Leute jeweils eine Maske gewinnen. Ich zeige es euch gleich. Und einen kleinen Lippenstift oder Lipstick. Den gebe ich als Goodie noch mit dazu. Also wirklich eine ganz mini Verlosung. Aber ich persönlich mache bei Verlosungen auch sehr gern mit und freue mich, wenn man dann was gewonnen hat. Ob das jetzt was Großes ist oder nicht. Ja, das kann ja jetzt jeder für sich selber entscheiden. Was müsst ihr tun, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Und zwar nehmen wir als Hashtag, weil wir ja heute die Elektra-Box geöffnet haben und die mir wirklich richtig gut gefällt, nehmen wir als Hashtag Elektra-Box. Also es wird keine Elektra-Box verlost, sondern was anderes. Das zeige ich euch gleich. Ihr müsst bitte mir einen Daumen nach oben geben, mir ein Abo dalassen und einen lieben, netten Kommentar eben mit diesem Hashtag Elektra-Box. Und was könnt ihr gewinnen? Und zwar habe ich einmal, also ihr wisst im Profit nicht, wer was bekommt, einmal von Panthen Pro Vie. Ich meine, die Masken kosten 6 Euro. Eine Antifriss-Haarmaske. Das sind unsere zwei Teile. Also hier unten ist das Produkt, was ihr sozusagen auf das angefeuchtete, gewaschene Haar auftragt. Und Step 2 ist hier oben so ein, ich weiß nicht, sieht man das, hier oben so ein Turbon oder ein, wie nennt man das, so eine Haarmaske oder so eine Duschhaube. Und dann lässt man das einwirken. Und zwar 10 Minuten. Und ich muss sagen, ich hatte die schon und fand die gut. Ohne dass es mir kommt, einer von euch kriegt diese Maske. Und dann habe ich noch eine andere gekauft, weil es eben diese andere nicht mehr gab. Das ist prinzip das Gleiche. Unten wieder das Produkt, oben wieder eine Duschhaube. Ich weiß auch nicht, wie die Duschhauben ausschauen. Also die haben jetzt kein so etwas Nettes, Lustiges. Also die werden schon normal weiß ausschauen. Also von Herbal Essences mit Kokosmilch. Genau. Und als kleines Goodie, schmeiße ich erstmal alles wieder runter, tue ich jeweils zu der Maske, entweder von Essence, einen Lipstick rein. Ich weiß auch noch nicht, wer welche kriegt. Und von Trinit ab auch so einen. Also die zwei kommen jeweils in eine Maske noch dazu. Also eine total mini Verlosung. Aber vielleicht hat ja der eine oder andere Lust dazu. Wie gesagt, das wird jetzt jeden Monat so kommen, weil ich habe natürlich aufgrund der Unboxings einen Hafen zurück. Und ich möchte euch ja was Gutes tun damit. Und ganz ehrlich, ich habe da auch noch Freude dran. Ich bin so der Typ, ich gebe gerne was ab. und wenn der eine oder andere in der lieben Kommentar zurückschreibt, so, yay, ich habe gewonnen. Da freue ich mich natürlich auch. Das wird in Zukunft so sein, immer Mitte des Monats, dass zum Ende des Monats die Verlosung immer per Post weggeschickt wird. Und ja, das war es eigentlich schon. Wie gesagt, lasst mir gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Kommentar, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet mit Elektrobox. Schaut gerne mal auf die Webseite von der Elektrobox vorbei. Unterstützt die Mädels. Frauenpower pur. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach zu einem nächsten Video zu einer gemeinsamen MeTime einfach wieder. Liebe Grüße, eure Heike.